Ein weiteres Tatsan-Comic droppt auf Vivi, das schauen wir uns auf jeden Fall genauer an. Außerdem gibt es noch einen weiteren sehr interessanten Comic-Drop. Außerdem schauen wir uns eine sehr interessante Aussage von David Yu über das Viviverse und die Lizenzgeber an, was extrem wichtig ist. Und wir schauen uns auf jeden Fall noch viele weitere Dinge an, die David Yu im letzten Twitter-Space gesagt hat. Das heißt, wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, let's go ins Video. Willkommen und Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Das heißt, wenn du noch meinen Kanal nicht abonniert hast, dann tu das auf jeden Fall schleunigst, denn so bleibst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Jetzt geht es aber auf jeden Fall los mit dem ersten Thema. Und das erste Thema heute ist das nächste Tatsan-Comic, was am Montag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen wird. Und wir sehen hier Tatsan of Apes 208, das Ganze natürlich wie eben am Blindbox-Format mit 5 Cover-Editions. Und so sehen auf jeden Fall die Cover einmal aus. Ja, ist für mich persönlich jetzt ehrlich gesagt nichts, was ich mitnehmen werde. Aber nichtsdestotrotz, wer das Ganze auf jeden Fall mag, kann das mitnehmen. Denn aufgrund der Go-Collect-Daten, wo gerade meine 9.6 65 Dollar kostet, muss man sich wirklich Gedanken machen, ob man den ganzen Drop mitnehmen möchte oder nicht. Für mich persönlich, wie gesagt, ist das ein Skip einfach aufgrund dessen, weil es hier sehr wahrscheinlich in den Droppreis fallen wird, weil es auch im Real Life nicht allzu viel wert ist. Ihr seht schon gerade, ist alles ein bisschen ein anderes Setting hier an dieser Stelle, denn ich möchte mich noch ganz kurz was ergänzen. Es ist nämlich kurz zuerst was rausgekommen, und zwar nämlich die Drop-Details für den Tatsan of Apes 208 Drop. Und zwar wird es hier nämlich eine sehr interessante Edition-Anzeige geben. Und zwar werden wir hier nämlich nur 8.700 Edition sehen, einen Listenpreis von 7 Gems. Und die Verteilung wird hier 3.000 Comments sein, 2.500 Uncomments, 1.972 Rares, 1.121 Ultra-Rares und nur insgesamt 207 Secret-Drares. Davon nochmal abzüglich die Collectibles, beziehungsweise die Comics, die sich Bibi bzw. der Lizenzgeber einfach einbehält. Das heißt, es sind hier sehr, sehr wenige Secret-Drares auf jeden Fall vorhanden. Nur an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis für jeden, auf jeden Fall der hier auf diesen Job gambeln möchte. Kommen wir zum nächsten Comic, und zwar nämlich zu Strange Tales 138 mit der First Appearance of Eternity. Und ja, dieses Comic ist am 29. November, das heißt am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit, hier auf jeden Fall am Start. Das ganze Comic wird natürlich wieder mit exklusiven Rare und auch Ultra-Rares-Covern droppen. So sehen einmal die Cover alle aus. Für mich persönlich ist das ein Drop, den ich auf jeden Fall versuchen werde mitzunehmen. Nicht nur aufgrund der Cover, sondern auch aufgrund von den Daten hier von GoCollect. Denn eine 9.6 geht ja immer mal für 6.250 US-Dollar über den Tisch, also gar nicht mal so wenig Geld. Und auch die Cover für mich persönlich sind auf jeden Fall sehr ansprechend. Also hier muss man für sich selber auch wieder abwägen. Macht das Ganze Sinn, mag man das Cover oder nicht. Und anschließend möchte ich wirklich Danke sagen. Dankeschön, dass wir endlich die 500 Abonnenten geknackt haben und du auf jeden Fall ein Teil davon bist. Und wenn du noch kein Teil davon bist, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du ein Teil von diesem Kanal wirst. Und jetzt will ich auf jeden Fall aber sagen, geht es auf jeden Fall weiter mit dem Video. Und aber wirklich vielen, vielen Dank an euch da draußen. Und ja, das Ganze wird direkt auch schon mit einem AMA hier an dieser Stelle belohnt. Denn wir werden nämlich, beziehungsweise ich werde am 1. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit hier ein AMA machen. Und zwar nämlich mit dem guten Reese Skellern. Wer ist Reese Skellern? Vielleicht für der ein oder anderen. Reese ist bei Vivi Kommunikationsmanager. Und dementsprechend natürlich hier auch ein wichtiger Ansprechpartner für uns als Community. Dementsprechend, wir werden ihn auf jeden Fall löchern mit Fragen. Aber du da draußen kannst das Ganze auch machen. Denn wir werden nämlich eine Zeit anrichten, 15 bis 20 Minuten so in etwa, wo ihr da draußen on stage kommen könnt. Und dann sozusagen hier mit uns quatschen könnt. Beziehungsweise deine Frage ganz kurz stellen kannst. Dann wieder runtergemacht wirst. Und im Prinzip aber so deine Frage auf jeden Fall hier mal Reese live stellen kannst. Die du auf jeden Fall beantwortet haben möchtest. Deswegen sei auf jeden Fall sehr gerne am 1. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit dabei. Link zu dem ganzen Stream packe ich dir auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. War das Video übrigens bis zu dieser Stelle hilfreich für dich? Dann gib dem Video sehr gerne ein Like. Das unterstützt auf jeden Fall meine Arbeit und teile das ganze Video so über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Menschen. Jetzt würde ich aber sagen, geht es auf jeden Fall weiter mit dem Video. Und ansonsten gab es von David Yu ein paar sehr interessante Informationen. Und zwar waren nämlich David wie auch Dan schon voller DesignerCon in Los Angeles und haben dort natürlich Lizenzpartner getroffen. Und haben dort natürlich auch das Viviverse präsentiert. Und diese sollen sehr begeistert gewesen sein, was ein sehr positives Zeichen ist. Und hier auf jeden Fall auch zeigt, dass viele Lizenzgeber auch, was auch das kommende Viviverse angeht, sehr bullisch gestimmt sind. Und das hat mehrere Gründe meiner Meinung nach. Unter anderem hat es hier auf jeden Fall den Grund, dass man natürlich NFTs von OpenSea zum Beispiel bei Vivi mit implementieren kann. Was ein sehr wichtiger Punkt ist, dann werden Vivi hier in ihrem Metaverse bzw. in ihrem Showroom, Viviverse, whatever, wie man es dann nennen möchte, wirklich sehr viel Kompatibilität anbietet. Und das Ganze auch wirklich sehr cool gestaltet ist, viele Interaktionsmöglichkeiten gibt. Und hier eine große Konkurrenz für andere Metaversen wird. Dann wird Vivi wahrscheinlich den einen oder anderen, der hier im normalen OpenSea live sozusagen unterwegs ist, auf Vivi bekommen. Weil Vivi einfach ein sehr viel besseres, transparenteres und auch leistungsstärkeres Metaverse anbietet mit nochmal einer sehr viel größeren Community als zum Beispiel bei irgendwelchen kleinen Metaversen, wo man vielleicht mal einen oder zwei Leute überhaupt, wenn dort trifft. Ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall auch nicht unterschätzt werden darf, ist der Punkt Plugins. Denn Plugins wird es nämlich dann auch bald geben bzw. Metaversen dann auch geben. Man kann sozusagen als Programmierer etwas Eigenes schreiben, zum Beispiel man kreiert zum Beispiel einen eigenen Shader. Das heißt, man sieht zum Beispiel die Welt mit einer ganz anderen Ansicht. Das heißt, irgendwie die Grafik sieht anders aus oder sonst was und das kann man dann für sich selber implementieren. Das heißt, du kannst hier auch als Programmierer, wenn du das Ganze kannst, dein Viviverse in irgendeiner Weise ja wirklich auch selbst gestalten, was super, super cool ist und hier wirklich auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, ob der eine oder andere zum Beispiel mal Minecraft gespielt hat, der wird das auf jeden Fall kennen mit irgendwelchen Plugins, die man dann hinzufügen kann. Und das ist meiner Meinung nach wirklich etwas, was auch einzigartig ist im Metaversenraum und hier natürlich auch bei Vivi extrem interessant wird mit der Kombination aus lizenzierten Collectibles und dann tatsächlich auch nur mit der Kombination, dass man hier seine NFTs zum Beispiel von OpenSea oder MetaMask auf Vivi importieren könnte. Ja, und etwas weiteres, was sehr interessant ist, was David Yu hier gelegt hat, ist nämlich, dass wir in den nächsten Monaten Sport wie auch Musik Partnership Announcement bekommen und was das natürlich sein wird, was für Firmen das sein werden, das kannst du mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall bei Sport definitiv davon aus, dass wir die NFL sehen könnten, was natürlich sehr, sehr cool wäre, wenn wir ein Brand sehen sollten, zum Beispiel wie die Bundesliga, zum Beispiel aber auch aus anderen Teilen der Welt, zum Beispiel aus Frankreich und so weiter und so fort. Also einfach so regionale Ligen, das würde mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, denn das würde auf jeden Fall auch viele unterschiedliche Länder definitiv abholen. Ja, und wir sprechen hier natürlich auch nicht von wirklich kleinen Brands, wir reden hier wirklich halt von 60 bis 70 Millionen plus Followern auf zum Beispiel Instagram, die hier natürlich dann auch mit dabei sind und tatsächlich nicht allzu viele Accounts haben, so viele Follower. Und das macht das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was für Unternehmen das dann hier wirklich sein werden. Natürlich auch aus der Musikbranche wird das extrem interessant, was für Lizenzgeber wir hier auf jeden Fall mit an Bord holen. Und ansonsten gibt es noch ein paar kleine Infos für euch da draußen und zwar ist es nämlich so, dass jeder, der momentan noch ein ausstehendes Obi-Wan Collectible hat, was noch nicht geliefert wurde, da wird auf jeden Fall gearbeitet, dass ihr das Ganze dann auch wirklich bekommt. Das heißt, Füße stillhalten und abwarten, ihr bekommt schon euer NFT. Und ansonsten gibt es noch eine sehr positive Nachricht für alle Black Panther Mighty Set Halter, denn dort wird es nämlich jetzt um 21 Uhr den Snapshot geben. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wenn ihr dort diese sechs Collectibles gehalten habt, dann werdet ihr den Black Panther Airdrop bekommen und das nämlich schon am 1. Dezember. Das heißt, im Laufe des Tages dann in etwa, ich denke mal so in etwa 18 bis 19, vielleicht auch 20er deutscher Zeit. Das heißt, dort in diesem Zeitraum könnt ihr auf jeden Fall mit dem Airdrop rechnen. Denn ihr müsst immer daran denken, dass natürlich die USA neun Stunden hinterher hängt. Das heißt, wenn bei uns 17 Uhr, 18 Uhr ist, dann ist halt einfach da drüben nochmal eine ganz andere Zeit. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit den ganzen wichtigen Infos, die du auf jeden Fall wissen solltest. Wenn du das ganz auf jeden Fall hilfreich fandest, dann gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir daraus und fürs Zusehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.